Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Guide. Heute wird es um das finale Maßnahmeset gehen und zwar als Classified Version und ich rufe das Equipment mal direkt auf. Dann können wir uns auf jeden Fall schon mal die Basiswerte anschauen und zwar habe ich Schusswaffen 7.000, ich habe Ausdauer 4.100, ich habe Elektronik 4.900 und komme damit auf eine Fertigkeitenstärke von 171.000. Bei der Ausdauer möchte ich gleich darauf hinweisen, das ist eigentlich ein bisschen zu viel, das müsste in dem Fall gar nicht so hoch sein. Bedauerlicherweise war das bei meinem Equipment, was mir zur Verfügung gestanden hat, nicht anders möglich zu rollen und wenn wir schon beim Rollen sind, denkt daran, dass das ganze Equipment natürlich noch nicht maxed out ist, das heißt es ist noch nicht verfeinert bis ins letzte Detail. Ich werde euch aber an den verschiedenen Stellen auf jeden Fall darauf hinweisen, was ihr da besser machen könnt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Charakterwerten. Ihr seht, ich bin hier bei den Charakterwerten schon auf Fertigkeiten runtergescrollt und zwar möchte ich euch hier die Fertigkeiten Eile vor allem zeigen. Ich habe hier plus 40% Fertigkeiten Eile, das bedeutet für mich, dass ich natürlich meine Fertigkeiten schnell wieder abhabe und insgesamt ist hier das Equipment auch darauf ausgelegt, in der Gruppe im PvP besonders gut zu funktionieren. Wolltet ihr jetzt die finale Maßnahme im PvE spielen, dann würde ich am ehesten der ganzen Sache eine Supporterrolle zu ordnen, sprich in der Gruppe ist der Supporter darauf dann ausgelegt, möglichst stark zu scannen, also seinen Scan möglichst weit zu pushen, ohne dabei allzu viel auf Schaden zu verzichten. 40% Fertigkeiten Eile ist gar nicht mal so wahnsinnig nötig, denn normalerweise hat man einen Reclaimer-Heiler dabei und in der Box bekomme ich ja auch nochmal eben entsprechend Fertigkeiten Eile, sprich einen reduzierten Cooldown und damit wäre der Scan dann auch entsprechend schnell wieder ab. Es ist auch meistens nicht so wichtig, den Scan permanent benutzen zu können, wie zum Beispiel im PvP, da ist es viel wichtiger, wenn da mal eine Sekunde oder zwei Sekunden zwischen den verschiedenen Scans dazwischen sind, ist es auch jetzt kein riesen Beinbruch. Gut, dann scrollen wir mal weiter runter, denn ich möchte euch natürlich auch noch beim Überleben meine Werte zeigen und zwar habe ich hier Zähigkeit 300.000 und ich habe maximale Lebenspunkte 205.000 und ja, die Lebenspunkte, die reichen mir eigentlich ganz gut aus, um im PvP klar zu kommen, denn ich habe noch eine Heilung dabei für mich selbst und normalerweise haben ja auch die Teammates entsprechend immer noch ihren Heal dabei, um dann die Gruppenmitglieder oben zu halten. Oder man hat, wenn man denn so spielt, im PvP auch einen Full-Healer dabei, auch der macht normalerweise seinen Job, dass ich am Leben bleibe und entsprechend gut rumkomme. Dann schauen wir hier nochmal auf die Rüstung und zwar habe ich hier 32,5% ein bisschen aufgerundet Dämpfung, das ist schon mal nicht schlecht, jetzt ist die Rüstung natürlich nicht mehr so viel wert, wie es mal wert war. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr euer Equipment wirklich so optimieren wollt, weil ihr sagt, hey, die finale Maßnahme ist genau das, was ich spielen will, dann empfehle ich euch auf jeden Fall auch auf den Rüstungswert zu achten. Gerade im PvE ist es immer noch eine vernünftige Dämpfung, die man hier rausholt und im PvP holt man dann doch nochmal den ein oder anderen Schuss raus. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Equipment an. Das erste Teil, in das ich gemeinsam mit euch reinschauen werde, ist der finale Maßnahme Hanisch und ihr seht, ich habe hier beim Hanisch 1390 Ausdauer drauf. Das war leider nicht anders möglich, da ich bei den hohen Attributen sowohl die Lebenspunkte wie auch die Fertigkeiten Eile rollen musste. Und normalerweise würde ich jetzt hier die Ausdauer wegrollen und würde beispielsweise Schusswaffen draufrollen oder Elektronik draufrollen. Auf jeden Fall irgendwas, was ich besser gebrauchen kann wie die Ausdauer, denn normalerweise kommt man im PvP auf seinen Ausdauerwert auch ganz gut, ohne dass ich extra irgendwo Ausdauer rollen muss. Ist in dem Fall, wie gesagt, nicht anders möglich gewesen. Kann man nicht ändern. Dann schauen wir jetzt mal rein in die Boni, die ich mitbekomme bei der finale Maßnahme. Zum einen bekomme ich 25% Schadensminimierung bei exotischem Schaden. Das heißt, dass euch beispielsweise Granatenschaden nicht so viel ausmacht. Dann habe ich hier Schutz vor Elite. Das ist jetzt im PvP nicht unbedingt der beste Stat, aber im PvE ist es sehr wohl eine richtig gute Sache, denn die 15%, die bringen euch auf jeden Fall deutlich was. Und dann kommen wir mal zum Vierer-Bonus. Wenn in Reichweite einer feindlichen Granate oder eines Mörsers werden diese entschärft und ihrem Inventar hinzugefügt. Das ist nur alle 8 Sekunden möglich. Naja, ist eigentlich nichts misszuverstehen, wenn ihr eine Granate abbekommt. Die liegt auf dem Boden, dann nehmt ihr die auf, entschärft die und die wandert dann direkt in eure Tasche. Beim 5er-Bonus bekommen wir nochmal 15% Schadensminimierung bei exotischem Schaden. Und das heißt, wir hätten dann schon 30% und das ist wirklich spürbar. Und wir haben nochmal Schutz vor Elite und zwar auch nochmal 15%. Und das ist dann auch wirklich ein richtig guter Wert, 30%. Da bekommt ihr von Elite-Gegnern wesentlich weniger Schaden. Das werdet ihr ganz sicherlich merken. Jetzt kommen wir zum 6er-Bonus. Und beim 6er-Bonus ist es wie folgt. Wenn eine Granate entschärft wird, erhalten der Spieler und alle seine Gruppenmitglieder im Radius von 30 Metern eine Stärkung, basierend auf dem entschärften Granatentyp. EMP, Schockgranate, Fähigkeiten, Stärke für 8 Sekunden um 20% erhöht. Splitter und Brandgranaten, Waffenschaden für 8 Sekunden um 20% erhöht. Und Blend- und Tränengranaten wird der Rüstungswert für 8 Sekunden um 20% erhöht. Das heißt, egal welche Granate ihr aufnehmt, ihr bekommt immer einen Buff. Der hält immer 8 Sekunden und bietet euch eben einen Push von 20%. Die meisten werden natürlich auf die Splitter- und Brandgranaten scharf sein, weil die natürlich dann entsprechend Schaden bringen. Wäre natürlich wünschenswert, wenn es immer so wäre. Aber ist natürlich auch abhängig von der Granate, die eure Gegner gerade auf euch werfen. Und jetzt schauen wir uns die Maske an. Und bei der Maske habe ich Schusswaffen drauf und zwar 1661 Schusswaffen. Und ich habe hier nochmal im hohen Attribut Fertigkeitenstärke nach oben gerollt. Beim geringen Attribut habe ich Blind- und Taubwiderstand. Und beim Mod, da gucken wir auch nochmal kurz rein, da habe ich Schusswaffen und Fertigkeiten Eile. Im Übrigen ist es bei den Mods so, dass ich hier immer entweder Elektronik genommen habe oder eben Schusswaffen, Fertigkeiten Eile. Denn die Fertigkeiten Eile ist wirklich sehr wichtig, damit ihr am Ende dann auch auf die 40% kommt. Dann geht es auch direkt weiter hier mit den Knieschonern. Ich habe hier bei den Knieschonern 1384 Schusswaffen. Ich habe Lebenspunkte 16.500 und ein paar Gequetschte. Und bei den geringen Attributen, da schauen wir auch nochmal kurz, da habe ich Widerstand gegen blute Wunden, in Brandwiderstand und verschwommene Sichtwiderstand. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz unten rein in die Mods, denn ich möchte euch auf jeden Fall nochmal zeigen, hier in dem Fall habe ich Elektronik mit Fertigkeitenstärke drauf. Und ich habe, weil ich im PvP eben unterwegs bin, nochmal 6% Erste Hilfe Selbstheilung. Und jetzt schauen wir uns den Rucksack an. Und beim Rucksack habe ich Elektronik draufgerollt und ich habe im hohen Attribut nochmal Fertigkeitenstärke. Ganz klar, irgendwo müssen ja die 171.000 Fertigkeitenstärke herkommen. Und noch ein kleiner Tipp zur Fertigkeitenstärke fürs PvP. Achtet darauf, dass ihr, wenn ihr im letzten Segment eures Lebens seid, ihr euch einmal komplett bis in den Overheal vollheilen könnt. Ist eine ganz wichtige Sache, um auch entsprechend gut im PvP zu überleben. Dann beim geringen Attribut habe ich nochmal in Brandwiderstand und damit würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Handschuhen. Bei den Handschuhen, da habe ich Schusswaffen draufgerollt. In meinem Fall habe ich jetzt 1392. Im Übrigen ist das Cap bei den Werten, ob jetzt Schusswaffen, Ausdauer oder Elektronik, bei 1401, wenn es um Classified Gear geht. Dann habe ich hier bei den hohen Attributen natürlich Fertigkeiten, Eile, ich habe Sturmgewehrschaden und ich habe nochmal den kritischen Schaden nach oben gerollt. Und das letzte Teil, das wir uns anschauen, ist das Holster, bevor wir dann uns natürlich nochmal die Talente anschauen. Und bei dem Holster, da habe ich 1399 Schusswaffen, ich habe 1374 Ausdauer und ich habe 1389 Elektronik. Bei diesen Werten achtet darauf, dass ihr immer so über 1350 liegt, dann habt ihr wirklich recht gute Werte. Alles darunter ist jetzt nicht so optimal und je tiefer es fällt, je weniger gut ist es. Das heißt also, so 1350 ist wirklich ein ganz guter Richtwert. Und beim hohen Attribut habe ich bei mir natürlich Fertigkeiten Eile draufgerollt, ganz klar, weil ich natürlich möglichst auf die 40% kommen möchte. Ihr seht, ich habe hier schon die Fertigkeiten aufgerufen und das erste, was wir uns anschauen, ist der Scan. Ich habe hier den Zahaka ausgewählt, der ist für das PvP wirklich von Vorteil. Zum einen verhindert er, dass man euch aufspüren kann und er macht gegnerische Scans unwirksam. Ich habe hier bei kritische Treffer-Chance und kritische Treffer-Schaden zweimal 15,9%. Würdet ihr das Ganze jetzt im PvE spielen wollen, dann würde ich euch hier zum taktischen Scanner raten. Zum einen pusht er euer Schaden, zum anderen ist es so, dass ihr mehr kritischen Treffer-Schaden bekommt. Und abhängig von eurer Gruppe, je nachdem mit wie viel kritische Treffer-Chance eure Teammates rumspringen, könntet ihr jetzt noch über Mods entweder die kritische Treffer-Chance pushen oder eben den kritischen Treffer-Schaden pushen. Das heißt, wenn ihr hier Impulsgeber-Mods benutzt, dann würde natürlich bei euch Erste-Hilfe-Selbstheilung rausfliegen, macht aber im PvE jetzt nicht so viel aus, weil ihr ja auf jeden Fall immer einen richtigen Full-Healer dabei habt. Dann gehen wir mal weiter zur Heilung und ich benutze in PvP die Heilung Überdosis, ganz einfach deshalb, weil ich ja keine Brust mehr anhabe mit Überheilung. Sprich, wenn man sechs Teile Classified trägt, dann ist man da eben darauf angewiesen, sich trotzdem in irgendeiner Art und Weise einen Overheal zu holen und das kann man eben mit der Überdosis. Das heißt, wenn ich die Überdosis einsetze, dann bekomme ich hier eben 177.000 Lebenspunkte. Ihr habt es ja vorhin gesehen, ich habe gesagt, ich habe 200.000 Lebenspunkte. Das heißt, ich kann mich, wenn ich so ziemlich im letzten Segment bin, dann fast einmal komplett voll heilen und das ist eine recht wichtige Sache. Würde man jetzt im PvE spielen, dann könnte man eben darüber nachdenken, entweder hier die Doping-Spritze mit reinzunehmen, die macht einen nicht so viel Heal, aber sie pusht den Schaden und erhöht den Schadenswiderstand. Ist natürlich auch eine vernünftige Sache, die man hier reinnehmen kann. Das würde auf jeden Fall auch ganz gut funktionieren. Dann werfen wir jetzt hier nochmal einen Blick in die Talente. Als erstes Mal habe ich hier Triage drin. Warum Triage? Ganz einfach, weil es meine Cooldown-Zeiten noch weiter reduziert. Das heißt, wenn meine Teammates durch den Team laufen, dann bekomme ich hier entsprechend jeweils nochmal 15 Prozent, was wirklich spürbar ist. Und dann habe ich hier natürlich Feldsanität da drin. Ist sowohl fürs PvE wie auch fürs PvP wirklich ein wichtiges Talent in der Gruppe. Denn wenn ihr ein Medipack benutzt, dann bekommen eure Teammates im Umkreis von 20 Metern nochmal 40 Prozent Heilung von euch. Dann habe ich mich hier dazu entschieden, in der Bewegung reinzunehmen. Im PvP ist es ja so, dass man sich sehr viel bewegt. Und wenn ich dann doch mal einen Gegner zur Strecke bringe, dann bekomme ich eben einen Schadenswiderstand von 15 Prozent für 10 Sekunden. Des Weiteren habe ich hier drin, eine ist keine. Ich persönlich benutze es ganz gern. Denn hier hat man eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, die Kugel bei einem Kopfschusstreffer nicht zu verbrauchen. Und das ist schon von Vorteil, denn je länger ich auf einen Gegner schießen kann, ohne nachzuladen, je besser ist es. Werfen wir zum Schluss nochmal einen kurzen Blick auf die Waffen. Und ich trage hier zweimal LVOAC. Wenn ihr im PvE spielen wollt mit dem Equipment, könntet ihr auch sehr gut eine verbesserte ACRE benutzen. Die hatten nicht ganz so hohen Burst. Allerdings macht die auch einen guten Base Damage. Und im PvP ist es meistens wichtiger, einen hohen Burst zu haben. Deswegen sind hier die 850 Kugeln die Minute keine schlechte Sache, die die LVOAC mitbringt. Dann gucken wir noch hier nochmal ganz kurz auf die Talente, die ich habe. Ich habe hier nochmal Tödlich drin. Ganz klar pusht meinen kritischen Treffer Schaden. Dann habe ich hier Empfänglich drin. Warum Empfänglich und nicht Kompetent? Ganz einfach, Empfänglich ist ein viel besserer Schadensmultiplikator. Und man ist ohnehin sehr nah an den Gegnern dran zumeist. Von daher greift dieser Schadensmultiplikator auch sehr gut. Und dann habe ich hier Kenner drin. Ganz einfach deshalb, weil ich natürlich mit einem Sturmgewehr keine hohe kritische Trefferchance habe. Und auch ansonsten geben meine Werte, die ich auf dem Equipment habe, jetzt nicht so viel her. Das heißt, dass auf jeden Fall hier die 7,5% eine ganz gute Sache sind. Und in Kombination mit dem Scan komme ich dann eben in einen Bereich, wo ich immer noch vernünftigen kritischen Treffer, kritische Trefferchance habe. Dann gucken wir nochmal auf die Mods. Und zwar, ich habe hier im Moment einen Mod drin mit Magazingröße, kritische Treffer Schaden und Feuergeschwindigkeit. Damit experimentiere ich ein bisschen rum. Macht sich auch im PvP ganz gut, wenn ihr da auf Feuergeschwindigkeit geht. Dann müsst ihr halt schauen, ob ihr entweder hier die kritische Treffer Schaden mitnehmt oder die kritische Treffer Chance mitnehmt. Eins von beiden wäre okay. Ich würde niemals auf Magazingröße verzichten, denn 120% Magazingröße sind wirklich ein gutes Ding. Da könnt ihr länger feuern und müsst nicht so oft nachladen. Also von daher immer Magazingröße. Dann beim Scope. Ich habe hier meine Waffe auf Kopfschussschaden gefittet. Und zwar habe ich hier 18% Kopfschussschaden, kritische Treffer Chance, kritische Treffer Schaden. Ganz klar. Einmal 3%, einmal 4%. Das gleiche gilt für meinen Schalldämpfer. Auch da habe ich Kopfschussschaden und auch wieder kritische Treffer Chance, kritische Treffer Schaden. Und dann gucken wir nochmal auf den Griff. Da habe ich 19% kritische Treffer Schaden. Ich habe Präzision und optimale Reichweite. Bei der zweiten Waffe schaut es im Grunde genauso aus wie bei der ersten. Und warum trage ich zwei LVO-AC? Weil es schneller ist, die Waffe eben mal zu wechseln als nachzuladen. Das kann in der einen oder anderen Situation ganz vernünftig sein. Im PvE würde ich jetzt eher eine M700 Carbon reinnehmen als Zweitwaffe oder vielleicht nochmal die Urban MDR oder so. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz vernünftiges Ding. Wie anfänglich gesagt, würde ich persönlich die finale Maßnahme eher als Support-Bild spielen. Warum? Ganz klar, weil die Boni mir jetzt nicht den Schaden pushen, sondern eher passive Sachen geben. Also Schutz vor Elite, exotische Schadensminderung und dergleichen. Das heißt, das ist dann sowieso nicht der topte Idee. Und deswegen empfiehlt es sich dann schon, den vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Support auszubauen. Das heißt, ihr könntet dann auch nochmal schauen, ob ihr eventuell bei dem einen oder anderen Equipment, wenn ihr eure Werte umverteilt, vielleicht nochmal kritische Treffer Schaden mitnehmt, 8%. Und ansonsten funktioniert das Bild wirklich sehr gut in der Gruppe. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Auch der Bonus, den man durch die Granaten bekommt, ist wirklich deutlich spürbar. Und ja, wenn euch der Guide gefallen hat, dann könnt ihr mir natürlich gerne wie immer ein Däumchen hinterlassen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt hier zu dem Set oder auch andere Fragen zu The Division. Immer rein damit. Und am Ende gibt es dann gleich nochmal zwei Videos, die euch noch ein bisschen besser über The Division informieren. Und dann bis demnächst, euer Latan. Bis zum nächsten Mal.